Oh yeah! Soundcheck! Ö3 Soundcheck 2010 Der größte Bandplatzbewerb Österreichs geht ins Finale Ö3 Soundcheck 2010 Hi, ich bin der Francis, Marc, ich bin der Kurt, Flo, Philipp, Henri und zusammen sehen wir Henri, Joël and the Harlequins! Ich bin der Mr. Sixteen und ich bin in den Magazinen und ich bin der Liebe und ich bin der Liebe besser als jemand. Ja, du hast recht. Oh yeah! Ich bin der Mr. Blazissin und ich bin in den Magazinen und ich bin der Liebe und ich bin der Liebe und ich bin der Flamme. Ja, du hast recht. Der Song heisst Les Papillons de la Révolution ist ein Song über Leute wie Paris Hilton und damit wollen wir in die Charts und wir wollen Party haben. Ich bin der Flamme und ich bin der Flamme. Ja, du hast recht. und die Papillons. Ich bin der Flamme der Flamme und die Flamme und die Flamme für die Flamme Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!